Der Wunschhettel, der war lang nach dem letzten iPad Pro mit M2, aber dann hat es ja tatsächlich anderthalb Jahre gedauert bis zum nächsten Modell. Und mit dem neuen Modell, das ich jetzt hier habe, hat sich tatsächlich einiges geändert. Aber ist das nach der langen Pause genug? Und wie interessant ist eigentlich das neue iPad Air? Antworten darauf gibt es in diesem Video. Ja, das London Event, wo ja dann die iPads dann zum ersten Mal im Hands-On anzufassen waren, das ist jetzt eine Woche her. Zwischenzeitlich sind das Pro und das Air hier als Testgeräte bei mir eingetroffen. Sie sind ja bekanntlich ab dem 15. Mai im Handel. Und ich möchte für euch heute schon mal eine kleine Zwischenbilanz der ersten Tage mit den neuen iPads ziehen. Ja, kurz mal eingeworfen, wenn euch dieser Kanal hier gefällt, dann abonniert ihn noch gerne, denn dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ich freue mich natürlich auch immer über Likes für Videos wie dieses, wenn sie euch gefallen. Ja, sprechen wir kurz darüber, welche Geräte haben wir denn genau, die ich hier jetzt getestet habe in ein paar Tagen. Das zum einen dieses 11 Zoll iPad Pro, man sieht es hier von der Seite, das schöne neue dünne, in Space Schwarz. Das Ganze mit 1 TB Speicherausstattung. Allerdings Standardglas, Nanotexturglas, hätte mich natürlich sehr gereizt, aber das Standardglas ist ja auch wunderbar. Mit der Cellular Variante, wo wir ja neuerdings jetzt ja nur noch eSIM haben, das habe ich aber auch ausprobiert, funktioniert wunderbar. Preis 2.179 Euro. Los geht übrigens das neue iPad Pro in der 11 Zoll Variante ab 1.199 Euro und in der 13 Zoll Variante ab 1.549 Euro. Das zweite Gerät, das ich habe, ist das neue iPad Air 13 Zoll. Das große, das habe ich hier in blau, wobei man hier sieht, der Farbton ist wie beim iPad Air gewohnt. So ein bisschen variabel, je nach Lichteinfall verändert er sich immer so ein bisschen. Auch in mit 1 TB Speicher, Cellular Variante, Preispunkt 1749 Euro. Ihr bekommt das neue iPad Air in der kleinen 11 Zoll Variante ab 699 Euro und in der 13 Zoll Variante geht es bei 949 Euro los. Darüber sprechen wir später. Fangen wir aber erstmal an mit dem iPad Pro. Das ist ja, glaube ich, dann, nein, es ist definitiv aus technischer Sicht das interessantere Gerät. Und mein erster Eindruck war, meine Güte, ist das dünn. Ja, leichter ist es auch noch. Auch das merkt man. Also man kann dieses iPad wirklich hier ohne irgendwelche Beschwerden auf die Hand nehmen und hoch und runter wiegen. 5,3 Millimeter tief. Man möchte schon fast sagen, dünn ist diese Variante bei 11 Zoll. Das 13 Zoller ist sogar noch ein klein bisschen dünner, weil man dann das Ganze auf die Fläche verteilen kann. Auch das Display kann gleich beeindrucken, denn ja, OLED und das bedeutet, ihr habt ein richtig schwarzes Bild da, wo es schwarz sein soll. Denn ein schwarzes Pixel, das schaltet sich dann beim OLED Display aus. Das kennen wir ja schon von den iPhones. Dort finde ich es nach wie vor eben super, wenn man sich da Filme und Serien anguckt. Und es ist halt jetzt auf dem iPad in einer ganz anderen Größenordnung eben da. Also 11 Zoll ist schon sehr faszinierend. 13 Zoll habe ich jetzt in London gesehen, fand ich auch überaus faszinierend. Also alle, die tolle Displays wertschätzen, die werden natürlich jetzt frohlocken, weil es diese neuen Möglichkeiten gibt, dass man jetzt von Mini-LED bzw. LCD auf dann das OLED Display gewechselt ist. Ja, dass es möglich macht, dass ein Tandem-OLED-Display, also zwei Display-Layer, Apple hat das ja vorgestellt. Und das zeigt auch Wirkung. Es wirkt tatsächlich sehr hell, die Farben wirken besser, Schatten und Details werden klar herausgearbeitet. Und vor allem, und das ist eine Frage, die viele natürlich auch gleich gestellt haben, als die Geräte vorgestellt wurden, Sie sind, also die Display-Anzeige ist auch am sonnigen, helligen Tag, hellichten Tag, sehr gut ablesbar. Es gibt keine Probleme. Ich habe das mal getestet. Glücklicherweise ist ja gerade sehr sonniges, sehr helles Wetter. Es blendet draußen sehr. Und das war sehr gut für diesen Test, weil ich dann wirklich dann in die Sonne gegangen bin und habe mal geschaut, kann ich mit dem Display denn überhaupt noch arbeiten? Und es war überhaupt gar kein Problem. Also ich konnte wirklich alles einwandfrei ablesen. Das Einzige ist allenfalls, dass es natürlich jetzt bei der Standard-Glas-Variante reflektiert, dass es spiegeln kann, dass einem die Sonne sozusagen ins Gesicht scheint, wenn man sie unglücklich hält, weil ich habe es ja nun wirklich in die Sonne gehalten. Aber ansonsten, das Display selber leistet das, was es soll und ist dann eben sehr gut nutzbar. Ich habe schon so ein bisschen angetönt, besonders für die 11-Zoll-Variante, also die kleine hier, ist es eine sehr große Veränderung, dieses OLED-Display, denn dort gab es ja nie Mini-LED. Das Mini-LED wurde ja auf dem Display des 12,9 Zoll großen iPad Pro, übrigens mein Favorit, ich liebe ja das große Display, vor zwei Generationen des iPad Pro ja eingeführt und hat tatsächlich ja auch zu einer doch spürbaren Verbesserung der Anzeigequalität geführt. Aber das kleine iPad, ja, da ging es aus irgendwelchen Gründen nicht und alle haben gedacht, das ist ein Übergangszustand von einer Generation. Tatsächlich hat es zwei Generationen überdauert und dann dauerte es ja auch noch, die anderthalb Jahre jetzt seit Oktober 2022, wo die letzten iPad Pros vorgestellt wurden. Also eine gewaltige Zeit für alle Freunde. Aber wer durchgehalten hat und wer jetzt von einem 11-Zoll kommt, hat, finde ich, noch deutlich mehr Gründe, dieses Display in Betracht zu ziehen, als das vielleicht bei dem großen Display der Fall ist. Wobei ich sagen muss, wer eben, ja, bestimmte Attribute von OLED wertschätzt, der wird sowieso stark in Versuchung geraten, wenn er dieses Display mal in Aktion sieht. Genaueres werden natürlich dann noch die Labortests zeigen. Wir lesen ja über die Leuchtkraft von 1000 Nits im SDR, Spitzenhelligkeit von 1600 Nits für HDR. Also das sind ganz interessante Angaben, die jetzt natürlich ich jetzt hier subjektiv bewerte in der kurzen Zeit, aber wo zum Beispiel Mac and I, die machen ja immer sehr intensive Tests und schauen ja auch im Labor, also messen das wirklich nach und dann ist das auch objektivierbar, diese ganzen Daten. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was da in nächster Zeit uns noch an Angaben und Daten dazu ereilen wird. Ja, da haben wir jetzt schon unseren ersten Aha-Moment und man kann ja sagen, so mit dem dünnen und dem Display, back to the roots. Also Apple hat ja schon von Anfang an das iPad ja vor allem eben unter dem Aspekt der Ultra-Portabilität verkauft und man muss ja sagen, das ist ein Unterscheidungsmerkmal zum Mac. Ein Unterscheidungsmerkmal allerdings, dass ja über die Zeit, weil der Mac immer dünner wurde und das iPad durch mehr Funktionen immer dicker, so ein bisschen, naja, schwammiger geworden ist. Das war mehr so die Frage von wegen, welches Bedienkonzept möchte ich haben. Und weniger so diese Ultra-Portabilität. Ich möchte sagen, mit dem iPad Pro, dem neuen, dem sehr dünnen und sehr leichten, verschieben sich die Gewichte da. Wer weiß, ob das von Dauer ist, also ob der Mac nicht auch noch dünner wird und leichter, das ist natürlich schwer zu sagen. Aber für den Moment ist es erstmal so, dass man eben dieses Tablet jetzt, ja, für Reisen, Flugreisen, wo es aufs Gewicht ankommt, für die Arbeitstasche, wenn man nicht schwer schleppen möchte. Aber auch toll für Filme und Serien auf dem Sofa, wie ich das gerne nutze. Ich gucke abends mir da gerne Sachen an und natürlich auf einem super Display und ich muss jetzt nicht mehr schwer tragen oder schwer in den Händen halten. Sehr, sehr angenehm. Also das ist wirklich, ja, das ist eine alte Formel, wo einige gesagt haben, na, da haben wir nicht drauf gewartet, dass Apple das noch leichter und dünner macht. Aber ich muss sagen, der Effekt, der verfängt nach wie vor. Also diese Faszination dafür, dass dieses Gerät sich dann eben dann da in eine Richtung entwickelt, dass es mehr und mehr wie eine Scheibe wirkt, die man in die Hand nimmt und weniger jetzt wie ein Computer, den man da hat. Aber das ist natürlich dann meine subjektive Wahrnehmung. Und klar, wir sprechen auch noch über Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit, sie ist ja gleich geblieben laut den Zahlen. In der Kürze der Zeit kann ich natürlich jetzt schwer beurteilen, ob sie, ob das wirklich so ist, ob sie sich signifikant, also nach meinem Gefühl signifikant verändert hat sie sich nicht. Jetzt, ich habe es ja wirklich intensiv genutzt, dieses iPad Pro. Ich habe zumindest nicht das Gefühl bekommen, dass es sich relativ schnell entladen hat. Dafür sorgt aber auch das Innere. Und das ist eigentlich der nächste Punkt, über den ich mit euch sprechen möchte. Die inneren Werte. Ja, es war ja durchaus eine große Überraschung auf der Keynote, auch wenn das vorher schon geleakt wurde, dass der M4 in dem neuen iPad Pro drin steckt. Denn ich konnte mir das selber auch gar nicht so richtig vorstellen, dass da Apple gleich eine Generation des Apple Silicon überspringt. Aber, das haben sie versichert, es sei nötig gewesen, das zu machen, wegen des Display Controllers, der nötig ist, um dieses OLED-Tandem-Display zu betreiben. Und bei Apple ist es ja auch so, dass sie sehr gezielt ihre Prozessoren auf die Bedürfnisse des jeweiligen Gerätes hin entwickeln. Was die Frage aufwirft, wie es mit dem M4 weitergeht, ob wir dem auch beim Mac sehen werden oder ob der Mac gleich zum M5 geht. Auch da haben wir ja schon gesehen, dass jetzt wie beim iPad, wo es von M2 auf M4 gleich geht, ja auch durchaus bei einigen Macs dann eben eine Generation übersprungen wurde. Interessant ist an diesem M4, dass er die zweite Generation der 3-Nanometer-Bauweise ist. Wir erinnern uns, die 3-Nanometer-Bauweise wurde ja erst Ende Oktober mit den Macs da eingeführt. Das war auf dem Scary-Fast-Event, wo ich ja in New York auch mit dabei sein durfte. Und jetzt innerhalb kürzester Zeit ist Apple schon einen Schritt weitergegangen. Das Interessante ist aber auch im M4, ich würde ihn definitiv nicht auf den Display-Controller reduzieren. Denn mich hat natürlich auch interessiert, welchen Leistungssprung macht dieses Gerät aus oder ist da überhaupt einer messbar jetzt im Vergleich zum M3, zum M2 und M1 ist natürlich klar, dass der Prozessor performanter ist. Ich habe nochmal Geekbench angeworfen. Klar, Benchmarks sind natürlich immer so eine Sache, weil sie ja dann unter Laborbedingungen die Werte vergleichbar machen, aber eben ja nicht wenig darüber besagen, ob die Software auch wirklich davon Gebrauch macht. Ein paar Realbeispiele habe ich dann auch nochmal ausprobiert, da sprechen wir noch drüber. Also auf jeden Fall ist es so, dass der Single-Core-CPU-Wert bei 3778 liegt. Der Multi-Core-Wert bei 14.518. Das ist definitiv eine ganze Ecke besser als der M3. Der lag nämlich bei 3.100, also beim Single-Core von 3.100 damit auf 3778 und beim Multi-Core-Wert lag der ungefähr bei 12.000 und wohlgemerkt der M3, der jetzt im MacBook Air steckt, das ja erst vor einigen Wochen, Monaten rausgekommen ist. Ja und da der Sprung von 12.000 auf 14.518. Im Vergleich zum M2 ist es richtig gewaltig. Da springen wir von 2.534 auf diese besagten 3.778 beim Single-Core und von 9.622 auf 14.518 beim Multi-Core. Also richtig satte Verbesserung, die Apple dahin gekriegt hat. Das ist jetzt nicht nur ein Prozessor, so eine Umlabelung, die eine funktionelle Erweiterung beinhaltet, sondern es ist wirklich so, dass sie das Ganze auch vorantreiben. Auch die versprochene Verbesserung in der Neural Engine, die lässt sich im Geekbench ML-Test klar herausarbeiten. Dort habe ich einen Wert von 8.611 gemessen. Der lag beim Air dann so im 7.000er-Bereich. Und also auch da sehen wir nochmal eine weitere Verbesserung. Neural Engine wird ja eine Bedeutung haben oder hat eine Bedeutung für Machine Learning, für KI-Anwendungen. Ja, wird man dann sehen müssen, was Apple da genau mit anstellt. Der Benefit ist auch im iPad Pro, dem M4, sind ja jetzt auch die besseren GPU-Fähigkeiten des M3 enthalten. Das heißt, Mesh Shading, Hardware Ray Tracing, all diese schönen Sachen, die wir beim Mac gesehen haben im Oktober, sind dann jetzt eben auch auf dem iPad möglich. Also alles eine tolle Leistung, aber ja, und da sind wir beim Elephant in the Room. Starke Motoren hatten wir ja durchaus auch schon vorher, wie die Werte jetzt gerade gezeigt haben. Doch gibt es auch Autobahnen, sprich Software, um sie schnell zu befahren? Ja, das ist ja die größte aller Fragen beim iPad. Beim Thema KI bin ich sehr optimistisch, dass sich die inneren Werte, die wir jetzt hier messen, bald auszahlen werden. Apple hat ja dutzende Ankündigungen gemacht. Und in einem Monat, ab dem 10. Juli, ist die WWDC, die Entwicklerkonferenz, mit der Vorstellung der neuen Betriebssysteme. Und da werden wir ganz sicher was in Sachen KI sehen. Aber wird iPadOS 18, das ja auch zuletzt immer so ein bisschen mit seinen neuen Funktionen dem iPhone ein Jahr hinterher war, wird das jetzt auch ganz neu daherkommen? Wird das wirklich Gebrauch machen von diesen Möglichkeiten, die das iPad da bietet? Oder ist es letzten Endes nur eine Sache der einzelnen Apps, die dann eben dann auf dem iPad laufen, dass die diese Rechenpower für sich nutzen? Und trotzdem ist aber die Frage, sag ich mal, mit Blick auf Multitasking, müsste Apple nicht auch ein bisschen mehr liefern? Ja, ich habe Hoffnung, aber auch ein wenig Zweifel. Ich gehe da ein bisschen vorsichtig ran. Ich würde fast sagen, dass diese iPad-Vorstellung auch irgendwie so ein bisschen zweiteilig ist. Also wir haben jetzt sehr starke Hardware gesehen und was sich jetzt hier auch in den ersten Tests dann nachvollziehen und überprüfen lässt. Aber wir sind noch in der großen Erwartung, wie das Ganze denn softwaremäßig weitergehen wird. Apple hat in den letzten Jahren ja Multitasking in kleinen Schritten erweitert. Und es ist aber so, die Einfachheit ist ja das oberste Gebot. Aber ist sie auch das, was wir von einem Pro-Gerät erwarten? Und vielleicht, so ist meine Idee, brauchen wir ja einen Pro-Mode in iPadOS, also einen Wahlschalter sozusagen, damit diejenigen oder damit man selber, wenn man auch, ja, wenn man irgendwie mal hin und her möchte, abends auf der Couch vielleicht lieber einfaches iPad, tagsüber im Arbeitsmodus lieber kompliziertes iPad. Das wäre eigentlich mal so eine Idee. Also im Moment zumindest haben wir jetzt zwar einen stärkeren Prozessor als ein MacBook Air, aber viele Anwendungsfälle, zum Beispiel eine Podcast-Produktion, etwas, was ich jetzt gut nachvollziehen kann. Die können wir nur mit Workarounds und weiterhin mit viel Idealismus auf dem iPad lösen. Nehmen wir nochmal ein konkretes Beispiel, wie sich das auswirkt. Der Export eines Videos in Final Cut Pro. Final Cut Pro ist ja auch Version 2 angekündigt worden. Und weiterhin ist es so, dass man das Fenster geöffnet lassen muss, wenn man ein Video rendert. Da könnte man auf dem Mac jetzt einfach parallel schon irgendwas anderes machen. Was weiß ich, bei einem Video könnte man jetzt irgendwelche Shownotes schreiben oder ein Bild schon bearbeiten. Geht auf dem iPad nicht. Da heißt es dann bitte Fenster offen lassen. Und dann fällt natürlich die Renderzeit ganz anders ins Gewicht. Ich habe jetzt mal ein 11 Minuten 20 Video gerendert. Und da habe ich beim iPad Air mit M2 einen Wert gemessen von 5 Minuten 16 bis zur Fertigstellung. Beim M4 Prozessor ist der Wert gesenkt auf 4 Minuten 48. Also ja, hier sieht man schon die Prozessor-Power, die da drin steckt. Trotzdem knapp 5 Minuten, die das iPad Pro halt immer noch gehandicapt ist und nicht genutzt werden kann für andere Prozesse. Mit Photomator habe ich auch mal einen Test gemacht. Da gibt es ja diese Smart Resolution Funktion, wo man Bilder in einer höheren Auflösung mit KI-Hilfe sozusagen größer machen kann. Beim M2 habe ich 16 Sekunden gebraucht, um ein Bild, das ich aufgenommen habe, groß zu machen. Beim M4 15 Sekunden. Da sieht man, es ist nicht ganz so signifikant, aber ja, 15 Sekunden ist auch rasend schnell. Also so gesehen ist es dann prozentual ja durchaus dann auch schon wieder, ja, durchaus spürbar, dass sich da was geändert hat. Kommen wir wieder zur Hardware zurück. Das große Aufräumen hat begonnen bei Apple. Apple hat nämlich die großen Veränderungen, die jetzt beim iPad Pro sind, genutzt, auch an einigen anderen Stellschrauben am iPad Pro zu drehen. Und einige werden gefallen, andere hingegen glaube ich eher nicht. Was gefällt ist definitiv, dass die Frontkamera jetzt endlich ins Querformat gewechselt ist. Also kein Vorbeigucken in Videokonferenzen mehr. Dafür musste allerdings die Halte- und Ladevorrichtung des Pencils geändert werden. Der Nachteil, der alte Pencil der zweiten Generation, der funktioniert auf dem neuen iPad Pro nicht. Ja, und damit braucht ihr einen neuen Pencil, der dann 149 Euro kostet. Der Pencil Pro. Aber dazu später mehr. Ebenfalls gefällt deutlich die Erhöhung des Speichers auf mindestens 256 Gigabyte. Oh, mal ehrlich, das war doch längst überfällig. Ein Pro-Gerät, was weniger als 256 Gigabyte hat. Na, schwierig, sehr schwierig. Was für Kritik sorgen könnte in der EU, ist kein Netzteil mehr im Karton. Ja, bei einem iPad von so hohem Wert könnte man es eigentlich schon erwarten, dass sowas dann beigelegt wird. Zumal man das ja nicht alle Tage kauft. Ja, ist schwierig. Ebenfalls schwierig oder was für Kritik sorgen wird oder wo ein Aufreger vorprogrammiert ist, ist, dass keine Aufkleber mehr in der Box sind. Und das soll dem Umweltschutz dienen, Apples Initiative weniger Plastik zu gebrauchen. Aber, ja, ob das bisschen Plastik den großen Unterschied gemacht hätte, man kann darüber streiten. Was weg ist auf der Rückseite, ist die Ultra-Weitwinkel-Kamera. Das scheint vor allem für Dokumentenscans eine große Rolle gespielt zu haben. Ich höre das immer wieder. Aber wir haben jetzt ja so einen besseren True-Tone-Blitz und KI im Gerät soll das dann kompensieren. Das heißt, man soll diesen Verlust der Ultra-Weitwinkel-Kamera da an der Stelle gar nicht spüren. Ich muss ja sagen, ich fotografiere und filme sowieso nicht viel mit dem iPad. Insofern kann ich das jetzt in ordentlich nachvollziehen, ob das wirklich so signifikant ist. Es gibt ein Mikrofon weniger. Das ist auch spannend. Das Nano-SIM-Fach ist weg. Das heißt, es geht nur noch eSIM. Und die Frage ist, ist das ein Vorgriff aufs iPhone? Wird jetzt Apple sich ganz von dem kleinen Plastikkärtchen dafür abschieben? Ich glaube, ja. Und es gibt noch Unterschiede, wenn ihr verschiedene Speicherausstattungen kauft. Also das 256 und das 512 GB Modell, die haben einige Nachteile. Die haben zum Beispiel keine Option auf das sogenannte Nano-Textur-Glas, also das matte Display, was eigentlich recht schade ist und auch nicht wirklich technisch begründet ist. Und der M4, der hat einen Effizienzkern weniger, so wie nur 8 statt 16 GB RAM. Ja, ist vielleicht wichtig zu wissen, falls ihr eben das Maximum haben wollt, das neue M4. Richten wir unseren Blick aufs Zubehör. Und auch da hat sich eine Menge getan. Und man muss ja eben sehen, dieses Gesamtpaket, ja, es macht ja auch einen gewissen Eindruck. Da ist nämlich allen voran das Magic Keyboard. Das ist außen weiterhin gummiert, also in der üblichen Art und Weise. Aber innen, innen steckt jetzt ja eine Alu-Handauflage. Und die ist, das habe ich wirklich in der kurzen Zeit schon total wertschätzen gelernt, sehr angenehm. Und dürfte vor allem auch beständiger sein, also sprich Abrieb und Vollschwitzen und was da alles so passieren kann damit, dürfte mit dem Alu jetzt dann eben dann deutlich besser sein, dass das eben keine Wirkungen hinterlässt und optisch nicht das Ganze so schlecht darstellen lässt. Also ich glaube, das ist wirklich eine sehr gute Verbesserung, die man da gemacht hat. Das Trackpad unten ist größer und es hat haptisches Feedback, sprich es ist nicht mehr mechanisch. Dadurch ist es deutlich leiser als das beim alten Magic Keyboard, was mir eigentlich auch schon ganz gut gefallen hat. Aber es ist jetzt tatsächlich so, im Wechsel, wenn man einmal sich an dieses neue, leisere Trackpad, das auch größer ist, gewöhnt hat, dann möchte man nicht mehr zurück zum Mechanischen. Also ich habe sofort als laut wahrgenommen, das alte. Was ein bisschen schade ist, auf der 11 Zoll Tastatur sind die Umlaute, also R, Ö und SZ, sehr, sehr klein, sehr schmal, die Tasten. Da habe ich immer ein bisschen daneben gegriffen. Das ist aber schlichtweg eine Bauformgeschichte, denn auf dem 13 Zoller ist es besser, da sind die Tasten größer. Beim Tastenhub hat sich nicht so viel geändert, ein Millimeter, das ist ungefähr wie bislang, gleichermaßen gut, würde ich sagen. Schade ist der USB-C-Port, der ist weiterhin leider nur für Strom nutzbar, obwohl er jetzt so schön dezent gelegen ist, da könnte man wunderbar eigentlich einen Hub anschließen und eben auch Datenanwendungen drüber machen, geht aber nicht. Ja, und die Funktionstasten, da habe ich erst belächelt. Ich habe gedacht, meine Güte, ein Rückgriff auf alte Zeiten, dass man jetzt wieder Funktionstasten auf dem Magic Keyboard einführt, nachdem das iPad sich doch derer entledigen wollte. Aber ich muss sagen, die gefallen mir auch im Gebrauch ziemlich gut. Sie sind gewissermaßen nicht so ein kleiner Dienstweg. Bislang ist es so, wenn man zum Beispiel jetzt die Lautstärke mal schnell hoch oder runter stellen möchte, die Displayhelligkeit, Wiedergabe stoppen oder weitermachen, da muss man immer irgendwie von der Tastatur weg mit den Händen. Man muss dann zum Display, entweder Touchkontrolle oder eben Gehäusebutton. Das entfällt jetzt, jetzt kann man alles so aus einem Guss sozusagen aus dem Keyboard heraus machen. Ist eine Kleinigkeit, aber eben eine Kleinigkeit, die sich, finde ich, auf Strecke doch durchaus bemerkbar macht. Dafür gibt es einen kleinen Abschied zu verzeichnen. Das Smart Folio Keyboard, das gibt es nicht mehr. Wohlgemerkt, Keyboard, nicht das Smart Folio. Das gibt es weiterhin. Also da hat Apple jetzt differenziert. Es gibt das Magic Keyboard neu für das iPad Pro und eben ein Smart Folio, aber eben kein Smart Folio Keyboard mehr. Jetzt sprechen wir mal über den Pencil, den Pencil Pro. Ich muss ja sagen, für mich ist der erstmals als digitales Device wirklich wahrnehmbar gewesen. Und das liegt daran, dass er jetzt auch haptisches Feedback eingebaut hat. Momentan nur bei einer Funktion, aber die ist schon sehr nützlich und zwar Squeeze. Man kann sagen, das ist sozusagen eine Art rechte Maustaste, aber schon etwas, ja, etwas higher sophisticated, kann man gewissermaßen sagen. Denn diese in Freeform zum Beispiel der Apple Zeichen App, da öffnet sich dann ein kreisrundes Menü rund um die Pencil Spitze mit anderen Tools und Farben. Man kann also andere Pinsel und Stifte auswählen. Und da musste man ja bislang immer lange Wege nehmen zu Menü Elementen, die irgendwo angeordnet sind, rund um das Display. Und das entfällt halt. Ich finde, das macht auch den Workflow mit dem Pencil deutlich angenehmer. Und es dürfte auch perspektivisch für aufgeräumte User Interfaces sorgen, weil App-Entwickler dann vielleicht auch überlegen, das eine oder andere dann wegzulassen. Gyroskop gibt es dann auch noch. Das hat einen sehr speziellen Use Case. Man kann da Pinsel mit unterschiedlichen Ausmaßen dann nutzen, also die jetzt dann schmal und lang sind. Und kann entsprechend dann, wenn man die dann so dreht, dann auch künstlerische Effekte machen. Ja, kommen wir zum Fazit. Definitiv ein signifikantes und spektakuläres Hardware-Update des iPad Pro ist das, was wir hier sehen. Und meine Favoriten sind definitiv die geringe Dicke. Es ist einfach faszinierend, wie klein man dieses Gerät machen kann. Das Gewicht, auch das, obwohl manche unkühlen werden. Und das Magic Keyboard, das hat wirklich sehr stark von der Weiterentwicklung profitiert. Also ich muss sagen, nach ein paar Tagen vom Vorgänger, dem iPad Pro kommend, möchte ich eigentlich nur noch sehr ungern zurück. Und das ist für mich immer so der Bauchgefühl-Indikator, dass ich dann sage, okay, es ist wirklich eine Weiterentwicklung, die mir nützt. Und eben nicht nur etwas, was so einen Aha-Effekt hat, der sich dann schnell abnutzt. Und preislich ist das Ganze natürlich weiterhin ein kostspieliges Gerät. Ich habe vorhin ja schon mal skizziert, was alleine denn das iPad gekostet hat. Ihr müsst das Zubehör ja auch noch dazu rechnen, was dann auch recht kostspielig ist. Also in der Summe mit dem Zubehör werdet ihr nicht sparen gegenüber dem MacBook als Alternative. Ja, aber umso mehr, auch angesichts des Preises, dürstet es ja nach einer klareren Perspektive für das Tablet. Und da bin ich wirklich gespannt auf den Juni. Und vielleicht lohnt es sich ja auch, wenn man jetzt noch im Zweifeln ist, noch etwas Geduld zu beweisen. Und mal zu schauen, was dieser zweite Teil der Vorstellung der künftigen iPad-Version jetzt nach der Hardware in Sachen Software dann so bringen wird. Wer heute jetzt schon seine Anwendungsfälle hat, der könnte aber sehr leicht in Versuchung geraten. Selbst vom Vorgänger-iPad, und das ist ja schon wirklich dann ein signifikanter Punkt, wenn man vom Vorgänger-iPad wechseln möchte. Und ich finde halt das Gesamtpaket mit Keyboard und Pencil Pro mit dem neuen iPad Pro, das ist wirklich bestechend. Aber ja, es hat halt auch seinen Preis. Sprechen wir noch über das iPad Air M2. Das bleibt gehobene Mittelklasse. Und ja, es ist eigentlich ein abgespecktes Pro des Vorjahres oder der Vorgänger-Generation, muss man in dem Fall ja sagen. Neu ist ja jetzt die 13-Zoll-Variante, die, finde ich, preislich attraktiv für alle sein könnte, die sich schon immer ein größeres Modell gewünscht haben, vom Display her. Aber eben nicht an die 2.000-Euro-Grenze kratzen wollten, weil sie auch sagen, ich brauche bestimmte Pro-Features nicht. Und es gibt da in der Tat ein paar Abstriche. Schmerzlich ist sicherlich, dass man jetzt Thunderbolt und USB 4 an dem USB-C-Anschluss nicht hat. Und manche dürften auch jetzt den Verzicht auf ein 120-Hertz-Display dann durchaus nicht so toll finden als Abstrich. Aber es gibt eben auch viele verkraftbare Sachen, zum Beispiel eben, dass es keine Ultra-Weit-Winkel-Kamera auf der Rückseite gibt. Gibt es ja beim neuen iPad Pro jetzt auch nicht mehr. ProRes gibt es nicht, die True-Dev-Kamera. Und man hat nur zwei statt fünf Mikrofone. Muss ich euch sagen, alles Punkte, die mich jetzt nicht besonders berühren würden bei der Auswahl meines iPads. Ja, im Vergleich zum iPad Air von vorher hat sich eine ganze Menge weiterentwickelt. Wir haben jetzt den M2 drin statt den M1, was für einen signifikanten Leistungspush sorgt. Wir haben die Frontkamera jetzt auch im Querformat. Wir haben WLAN 6E statt 6. Bluetooth 5.3 statt 5.0. Ja, und man kann den Pencil Pro auch einsetzen mit der Schwebefunktion. Auch das ging vorher beim iPad Air nicht. Aber eben auch keine Rückwärtskompatibilität zu dem vorherigen Pencil, wenn man ein vorheriges iPad Air hatte. Die einzige Ausnahme der Pencil, der neuere Pencil mit USB-C, der Apple-Pencil, funktioniert auch weiterhin. Was ich richtig toll finde, ist, dass Apple beim Speicher endlich nach oben dann ein wenig die Luke geöffnet hat. Bislang war ja bei 256 GB Schluss. Jetzt geht es bis 1 TB hoch. Und ja, statt der völlig unzeitgemäßen 64 GB als Startausstattung gibt es jetzt 128, deutlich passabler. Weiterhin kein Face-ID. Ihr müsst mir Tasche-ID vorleben, wobei ich finde, dass das gar nicht mal so ein Nachteil ist. Aber da gehen die Meinungen ja bekanntlich weit auseinander. Also insgesamt würde ich sagen, dass iPad Air, wer jetzt diese Ultra-Portabilität und die Leistung des M4, die wir im Pro haben, nicht unbedingt braucht, ist das neue iPad Air mit M2 ein, finde ich, recht guter Deal. Und vor allem ist es ein Gerät, das in sehr vielen Fällen eine Vernunftsentscheidung sein könnte. Ja, soweit meine ersten Eindrücke, die jetzt ja doch ein bisschen Zeit gebraucht haben. Aber es gab so viel zu erzählen über diese neuen iPads, die ich jetzt einige Tage, wirklich Tag und Nacht, möchte ich fast sagen, ausprobiert habe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich schaue dann, dass wir die vielleicht irgendwie noch beantworten können. Wie gesagt, Likes und gerne gesehen, Abos, wenn ihr nichts verpassen wollt hier im Kanal. Ich sage herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr bis hierhin dann geguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.